Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na ja, Ducky, wir waren auch ganz schön lange in den dunklen Höhlen Hey, wartet auf mich! Brauchst du Hilfe, Jumper? Vielleicht würde dir etwas Hilfe helfen? Das schaffe ich schon allein Na bitte, es geht doch! Also hier war ich noch nie Darum geht es ja bei einem Abenteuer Wisst ihr, dieser Ort erinnert mich an einen anderen Ort Vielleicht warst du ja schon einmal hier Ja, vielleicht Aber überall, wo ich im Brustental war, warst du auch Also, mir kommt das hier nicht bekannt vor Und nein, nein, nein Rotklaue? Jetzt weiß ich auch, wo wir hier sind Das ist... Das geheimnisvolle Jenseits! Weg hier! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag Und die helle Scheibe leuchtet weit Kommt und spielt mit mir Abenteuer legt man hier Und immer Wind nach Hause In einem Land vor unserer Zeit Vor unserer Zeit Zurück in die geheimen Höhen! Unter diesem Wander wird er uns nicht finden! Tolle Idee, Nestling! Petri sieht was! Jetzt nicht, Petri! Doch, Petri folge! Steinstarke Idee, Petri! Nichts wie rauf! Das soll eine gute Idee sein? Das macht mir ganz schön Angst Sieht schmal aus Genau, für Rotklaue ist dieser Pfad viel zu schmal Schau, Paar! Musst du immer so lang sein? Ah! Puh! Das war ganz schön knapp! Wir sind in Sicherheit Fürs Erste Ich glaube, fürs Erste endet schneller als wir denken Das war ganz schön! Es war ganz schön! Ich bin kein Problem! Ja! Und zwar Wir sind in Sicherheit etwas Schmerzen Es war ganz schön! Das ist eine große Schmerzen Ich glaube ja nicht, dass sie uns hier sehen. Aber Kralle und Klaue sind sehr gute Schnüffler. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Richtig, schön zusammen. Damit sie uns zusammen auffuttern können? Ich frage mich, wo die jetzt sind. Ich sehe mal nach. Sei vorsichtig. Er schüttelt! Hey, Freunde, wo seid ihr? Tja, das kannst du laut sagen. Uff. Ähm, sag mal, wo ist Chomper? Mir auch Ducky nicht gesät. Chomper! Ducky! Wir sind hier! Was macht ihr beide denn da oben? Alles in Ordnung mit euch? Ja, sieht so aus. Seid ihr auch alle unverletzt? Das Erdschütteln hat uns etwas durchgeschüttelt, aber es ist nichts passiert. Kralle ist nicht mehr zu sehen. Das ist gut. Bis auf, naja, dass wir hier oben sind. Und wir kommen hier nicht weg. Nein, nein, nein. Es muss einen anderen Weg zu dem Felsen da geben. Richtig. Es gibt immer einen anderen Weg. Es sei denn, es ist der einzige Weg. Hey, keine Sorge, wir finden einen Weg. Ich bin nicht gerne so hoch oben. Oh nein, nein, nein. Also ich find's irgendwie spannend. Äh. Und außerdem helfen uns doch unsere Freunde. Sieh nicht. Wieso frisst er uns nicht? Sein Schwanz ist in den Felsen eingeklemmt. Wir sind sicher, solange wir uns von seinen scharfen Klauen fernhalten. Und von seinen Zähnen. Hier oben ist nicht sehr viel Platz für uns. Und Kralle. Mit seinen scharfen Zähnen. Ich mag es nicht, so dicht bei einem Schafzahn zu sein. Oh, ähm, damit meine ich natürlich nicht dicht, Schambach. Ich glaube, den Weg sind wir hergekommen. Das doofe Erdschütteln hat alles durcheinander gebracht. Das Erdschütteln hat uns auch geholfen, vor Kralle zu fliehen. Man muss das Gute gegen das Schlechte abwiegen, denn sonst verliert man ganz rasch den Durchblick. Licht schon wieder! Auferjag, nix, schweb weg! Wir müssen den Weg zurücklassen, den wir gekonnen sind! Ja, die gleiche Idee hat Klaue hinter uns auch! Nicht schlapp machen! Nicht schlapp machen! Fall nicht runter, Ducky! Was hat er gesagt? Äh, er hat gesagt, ich bin klein. Und was hat er jetzt gesagt? Er will mir nicht glauben, dass wir Freunde sind. Oh. Oh nein, hier sind wir doch gerade losgelaufen. Wir laufen im Kreis, na toll. Und jetzt? Jomper und Ducky immer noch nicht da. Mehr will nach Hause. Aber nicht ohne unsere Freunde. Aber sie hoch oben auf Felsen. Mir weiß nicht, wie wir helfen. Ich auch nicht, Petry. Wir finden schon einen Weg. Vielleicht können wir sie von dem Felsen, der hinter ihnen ist, erreichen. Steinstarke Idee! Ich weiß, das klingt komisch, aber ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Wenn wir ihm helfen, dann frisst er uns sofort auf. Er ist ein Schafzahn. Was machen die eben so? Du bist auch ein Schafzahn. Und du machst das nicht. Oh, seine Schmerzen sind stärker geworden. Naja, es liegen ja auch Steine auf seinem Schwanz. Oh, seine Säge ist premium. Mero! B dt. Oh! 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 Oh,AS! Oh! Ich halte dich warm, komm in meinen Arm. Ich hab Angst, denn bald kommt die Nacht. Der Schafzahn hat uns ausgelacht. Der bleibt die ganze Nacht lang wach. Du musst nicht traurig sein. Die Freunde werden uns befreien. Bleib dicht bei mir, ich sage dir. Wer Freunde hat, ist nie allein. Wir sind nicht allein. Da vorn, die große Baumwurzel, da kommt der Schafzahn nicht durch. Na los! Lidlfurt! Warum denn nicht gleich in die Höhle gekommen, Lidlfurt? Das kann ich dir sagen, Petri. Als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chomper und Ducky zu retten. Immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden. Ich hoffe, sie sind bald hier. Hat er dich schon wieder kleiner genannt? Ja. Und er glaubt nicht, dass unsere Freunde uns retten werden. Aber sie sind unsere Freunde. Freunde helfen sich immer gegenseitig. Ich glaube nicht im geheimnisvollen Jenseits, Ducky. Ich bin groß und nicht klein! 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 Deswegen, Petri, nicht liebt Abenteuers. Nein. Ich will nicht Abenteuer sehen, nicht Abenteuergeise gehen. Petri findet gar nichts schön, könnt ihr mir nicht verstehen. Petri, du musst mutig sein, wir holen die Freunde von dem Stein. Sie würden dich auch retten, klar. Das wohl sehr wahr. Na los, komm mit, da ist ein Weg. Ich hoffe, dass der ins Freie geht. Dann sind wir frei. Ich bin dabei. Ein Abenteuer ist das hier und unsere Freunde retten wir. Wenn wir alle noch nicht wissen wie. Wir retten unsere Freunde, das ist klar. Wir retten unsere Freunde, ganz klar, ja! Sieht mal, Wurzelhöhen uns näher herangeführt. Gut gemacht, Ruby. Hey, nicht dafür. Wir müssen immer noch Ducky und Chomper retten. Oh, tut mir leid, dass du solche Schmerzen hast. Aber es tut mir nicht leid, dass du nicht an uns rankommst, um uns zu fressen. Nein, nein, nein. Er hat gesagt, ich bin zu klein. Und damit hat er recht. Wenn er loskommt, bin ich zu klein, um uns zu beschützen. Ich kann uns nicht von hier wegbringen. Genau, ich bin für alles zu klein. Du bist traurig, weil du klein bist. Aber in dir drin bist du doch groß. Chomper, du hast es tatsächlich geschafft, dass ich mich mit dir sicher fühle. Das hast du, das hast du. Hey! Hey! Alles in Ordnung mit euch? Irgendwie schon. Ach! Hintäuschen, Kalle! Kalle! Keine Sorge, Kalle tut uns nichts. Sollte sich dieser Schaffzahn verändert haben? Er kommt nicht an uns ran. Er hängt fest. Wir bleiben weg, nur vorsichtshalber. Wir werden euch da runterholen. Auch nur vorsichtshalber. Der ist Superspike! Geht beiseite, Freunde! Es funktioniert! Baum macht Brücke für uns! Ja! Jetzt hat der Kralle gezeigt, wer hier groß ist! Unsere Freunde sind zwar kleiner als Rotklaue, aber sie helfen uns immer, weil sie innen drin ganz groß sind. ist ein Witz! Yip! Arrr! Arr! Arrr! Jumper, was machst du denn da? Ich versuch, der größere Schafzahn zu sein. Ich versuch, der größere Schafzahn zu sein. Gern geschehen. Na bitte, wer war es denn? Eine starke Sache. Ich bin sehr froh, dass du hier bist, Spiky. Dass ihr alle hier seid. Ich glaube, wir wären zusammen noch fröhlicher, wenn wir in einem anderen Ort zusammen wären. Dann zum Beispiel zu Hause. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Nein, hohe Klaue! Schneller! Oh, Klaue immer dichter, gefährlich näher. Kralle auch näher? Versteckt euch! Kralle auch! Kralle auch! Sie sind weg? Ach, ja. Ich bin sicher, dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Hm. Ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Dann nichts wie rein mit uns. Kleine Nestlinge haben den Vortritt. Ja, das bin ich. Japp, japp, japp. Japp, japp, japp.